Heute geht es weiter in der Gerudo-Wüste. Wir suchen nach Sia und wir spielen mit Lana, okay? Alles klar, sehr schön. Ein Zauberbuch auch, das ist wundervoll. Los geht's! Die Triforce von Power. Es hat Lana von so einer Überraschung, dass sie nie eine Chance hatten, zu identifizieren den Thieving-Villain. At diesem Punkt, das strange passiert in Hyrule war, und Link war gefordert. Lana fühlt sich, dass eine Gate von Souls in Gerudo-Wüste appeared. Okay, gut, damit wissen wir jetzt, dass Lana das nicht bewusst gemacht hat, das war scheinbar aus Versehen, weil ich dachte ja, dass sie irgendwie, ja, irgendwas beschworen hat, das sah so ein bisschen so aus, aber scheinbar ist das eher unbeabsichtigt passiert und irgendeine Macht ist halt durch diese Kugel wieder freigekommen und greift Hyrule wieder an, wer das ist, keine Ahnung, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber, ja, werden wir bestimmt noch sehen, weil die 3DS Inhalte kenne ich ja nicht wirklich, ich habe schon mal gesagt, die Wii U-Version kenne ich, aber alles, was neu beim 3DS dazu kam, ich habe halt ein bisschen was von gelesen, ein bisschen was von gehört, aber ich kenne die 3DS-Version eben nicht, ich weiß ein bisschen, welche, was ist das denn, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich, mit ihr, welche Charaktere spielbar sind, weil es ja auch hinten auf der Verpackung draufsteht, aber, ja, mehr weiß ich auch nicht, so, von der Story oder so habe ich keine Ahnung, was da im 3DS, äh, Ding abgeht, so, letzten paar Parts waren auch alle relativ weit im Voraus aufgenommen und, äh, ja, jetzt ist wieder ein bisschen aktueller hier, ich habe auch inzwischen einige Tipps von euch bekommen, äh, auch nochmal in Sachen Kampfsystem und so, und auch, zum Beispiel sowas, dass man die Materialien eigentlich gar nicht einsammeln muss, sondern die automatisch einsammelt werden, was ich halt auch noch nicht wusste, wie gesagt, ich hatte die Wii U-Version damals als Display gesehen gehabt und, äh, das war, als es rauskam, und das war ein paar Jahre her, deswegen, weiß ich davon nicht mehr alles, und, ähm, ja, solche Tipps sind halt ziemlich praktisch, da muss ich jetzt nicht mehr warten, bis irgendwie der Gegner mehr Material droppt, sondern, ja, kann einfach weiterlaufen und muss halt nicht darauf warten, bis der sein Wunder vor dem Material droppt. Und auch ein bisschen was zum Kampfsystem, äh, dass man die Gegner anvisieren sollte, also, in manchen Situationen, das, da, daran denke ich nie, das ist klar, das könnte manchmal hilfreich sein, dass man die Gegner anvisiert, um sie ja besser treffen zu können, aber ich denke daran nie. Okay, genauso, wie dass ich auch nie daran denke, dass man, ähm, auch andere Mitstreitern, ähm, oh, ah, du bist ja da, okay. Was hat er jetzt hier vor? Ist er vielleicht der mysteriöse Angreifer aus der anderen Welt, das, glaube ich, aber kaum. Wären wir da von irgendwem gesteuert, wahrscheinlich. Das wäre sonst ein bisschen seltsam, wenn er alleine dafür verantwortlich wäre, was hier abgeht. Und, jedenfalls, ähm, ja, auch, dass man ja die anderen Mitstreiter auch über das Schlachtfeld kommandieren kann, geht ja hier über, äh, Marschbefehl, genau. Da können wir als andere Leute, wenn ich jetzt die anderen Teammitglieder hätte, über das Schlachtfeld kommandieren. Aber das habe ich, daran denke ich auch nie, irgendwie denke ich daran nie. Das ist so die Sache. Aber warte mal, wenn, wenn der Vogel jetzt hier ist, ist wahrscheinlich auch Tetra hier, oder? Weil der, oder, oder, hat er irgendwo hingesteckt? Weil, wir wissen ja, da steht es sogar, cool. Dankeschön, Spiel, dass du mir das bestätigst. Wir wissen ja, dass der Vogel Tetra entführt hat. Und, ähm, Link nach ihr jetzt sucht. Inzwischen, das heißt, Link kommt vielleicht auch noch an. Er weiß. Tetra, okay, alles klar. Und sie gehört auch zu mir. Sie ist nicht irgendwie, äh, in gelb oder so. Und keine andere feindliche Macht, sondern gehört genauso zu mir. Ich kann sie bloß noch nicht spielen, alles klar. Gut, das weiß ich jetzt auch. Sehr schön. Ähm, wir kümmern uns jetzt mal hier weiter um die ganzen, Moments. Also, ich komme jetzt hier nicht wirklich, ach doch, da unten ist noch ein Weg. Aber was ist denn hier hinten in der Fesseln? Da ist ein großer, roter Punkt. Was ist denn da? Achso, so ein Schleim wieder. Ja, den kann ich ja nicht wirklich angreifen. Deswegen mach ich einfach mal so hier. Ach, und, ihr habt mir noch was in den Kommentaren geschrieben, wo man halt so ein paar, okay, geben die mir vielleicht manchmal Materialien oder geben die mir immer irgendwas Bestimmtes. Okay, das ist halt gerade, ist klar. Also, immer irgendwie Magie oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, ihr habt mir auch in den Kommentaren irgendwas geschrieben. Äh, was, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt ist das weg. Aber, aber, egal. Jetzt war ich wie neben dem Schleim ein bisschen verwirrt. Oder beziehungsweise habe ich niemanden gedacht, was ich eigentlich sagen wollte. So. Okay, jetzt. Haben sie sich scheinbar kennengelernt. Da sind wir was im König auch wieder. Achso, genau. Ja, ihr habt auch ein bisschen was in die Kommentare geschrieben, wo ich ein paar Herzteile und Herzcontainer und sowas, was ich überall vergessen habe oder nicht geholt habe, äh, finden kann. Noch im Laufe des Spiels. Und, dazu würde ich mal sagen, ich werde, ich habe es glaube ich noch nicht gesagt bisher, ich werde irgendwann demnächst, äh, wenn wir den ganzen Legendenmodus durchgespielt haben, nochmal, link, oh, das ist aber auch da, sehr schön, nochmal ein Part machen, wo ich halt alles nachhole, was ich so vergessen habe. Aber das heißt, noch die ganzen Skullzulas, die wir jetzt so auf den Schlachtfädern haben, die ich nicht geholt habe, weil ich es nicht geschafft habe oder so, und alle Herzteile, das werde ich, das werde ich alles in einem Part packen, so einen fernen Zusammenschnitt quasi. Und links ist das Kämpfer auch zuvor, sehr schön. Der ist auch jetzt da hinten, ne, geht auf Headrad zu, so ein bisschen. Alles klar. Ja, das war auch ein Club. Aber in die Richtung will ich jetzt auch so langsam. Sehr schön. Hier sind natürlich so viele hier, wenn ich den komischen Seelenportal, die Bosspopulins. Oh, schade, dass jetzt hier keiner wirkliche Windweiger gearbeitet hat. Ich meine, naja, es ist die Gegudo-Wüste. Klar, dass da jetzt nicht wirklich so viele Windweiger gearbeitet hat, aber ich halte nur aus den, Seelenportalen, ruhig noch ein paar Windweiger gegner rauskommen können. Nicht nur die, die letzten Part dabei waren, sondern auch ein paar neue. Aber es ist ja hier jetzt keine wirkliche Windweiger, deswegen wahrscheinlich. So, ganz gut. Ich gehe voll, die Paliate gerade. Oh, okay, das ist ja jetzt sehr gut. So, mache ich überhaupt Schaden so richtig, nicht wirklich, oder? Ich sollte mal Frutzlana vielleicht her schaffen, das wäre ganz praktisch, dass ich auch mithelfen kann. Verjage die Maskenkönig, ist meine Version. Okay, alles klar. Aber ich gehe wieder zu Lana. Äh, ja, ich oberen, wo ich meine, ich bin jetzt die Festung, vielleicht ist er hier, warte, ich, 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 ich weiß ja, wo das Herzteil ist, stimmt. Wird mir ja angezeigt, äh, wo ist denn das? In welcher Ding, wo kann man das mal sehen? Äh, nicht bei Missionen. Schlachtfeld, ja, genau, hier. Südwest, okay, da unten, da kann ich auch noch nicht rein, alles klar, gut. Dann muss ich die eigentlich auch gar nicht oberen, aber auch machen, einfach mal. Warum nicht? Wo wir schon mal hier sind. So, das nehme ich auch mit. Ich meine, wenn ich schon beim Material vorbeilaufe, kann ich es vielleicht mal mitnehmen. Weil hier hinten ist auch so ein Schleim. Ich weiß halt nicht, sind die wirklich nur dafür da, jetzt meine MP aufzufüllen, oder, boah, das war gut, oder können die auch mal irgendwie ein seltenes Material trumpen, oder so, das weiß ich eben nicht. Ich meine, ich nehme ihn einfach mal mit, würde ich sagen. Und da steht ein einzelner Geron rum, der sich auch so denkt, hey, was geht ab? Hier ist ein Schleim. Aber scheinbar, ich denke mal, die füllen je nach Farbe irgendwas anderes auf, oder so. Weil es gibt ja verschiedene Schleimfarben. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber den Windbreaker zumindest. So, sehr schön. Und was gekündigt ist hier? Was geht ab? Neben dem Seelenportal. So, wo ist mein Boss, denn ich bin da. Sieben. So. Sehr schön. Jetzt sind alle Seelenportale geschlossen. Na, was kann ich jetzt hier? So. Ja, das hoffe ich. Guck mal, da sind auch andere Schleime. Kann ich einfach euch Bomben besiegen, zum Beispiel? Ich will, ich will gar nicht, ach, ich will nicht. Ich will, ich bin so doof. Ich bin so früh, die richtigen Kassen zu drücken. Das ist das Problem. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht, das hier aktivieren, aber okay. aber ich kann nicht Schleime damit nicht treffen, logischerweise. Ich kann den Masken, wenn ich noch keinen wirklichen... Oh, doch, jetzt Schaden zu fügen. Hallo? Wieso, wenn ich mal abgefloppt? Was ist das? Komm jetzt, ich mach das. Das ist schon ein bisschen was, das ist schon ein bisschen was. Muss mein Schleim hin? Okay, er hat sich zugezogen, sehr schön. Das heißt, man muss bestimmt eine bestimmte Lebensanzahl abjagen oder so. So, ja, kannst du jetzt bitte als Spielbaraktor vorbeikommen? Ich wäre voll cool, weißt du das? Okay, die Festung hier unten ist auf, das heißt, ich hole mir kurz mal mein Herzteil und mit Dings würde ich mir ganz gerne den Herzcontainer holen, aber hä, witzig. Geht halt schlecht, wenn ich ihn lange spielen kann. So, ich kann auch wieder sterben. Ah, okay, das ist aber schützendlich von Exile Frost. Sehr schön. Das heißt, ich mache gerade schon mal richtig cool meinen Job, ohne es zu wissen. Nein, nee, ich halte fast ab. Ja, bin ich dabei, wie gesagt. So, jetzt stirb bitte, fall um, Dankeschön. Du kannst auch mal sterben, und reichs halte fast da. Bah. Und dann erobern wir gleich unten die Festung, was du es nur. Sehr schön. Uh. Silber das Material. Perfekt. Diese Würfel. Ich habe die, glaube ich, noch nie benutzt. Diese, diese Tasten-Kombi habe ich das erste Mal entdeckt, dass das geht, diese Würfel zu erschaffen. Oh Mann, ey, was es alles für Tasten-Kombis gibt. Es ist immer so etwas geiles an den ganzen Spielen, so rauszufinden, die die ganzen Tasten-Kombis funktionieren. Und so. Ich meine, man bekommt das ja, ähm, ein bisschen gesagt, wenn man im Bazar die Charaktere aufrüstet und so. Oder wo Link und, äh, ich will gerade Zelda sagen, wo Link und Tetra sind, ist gerade ein Skulltula. Dann gehe ich da gleich noch kurz an den beiden hin. Ich will bloß zu den beiden Zielpunkten da bringen, weil die wollen gerade ins Hauptquartier. Ist das aber das Hauptquartier? Keine Ahnung. Jedenfalls irgendeine Festung von uns. Und die dürfen da nicht rein. So, komm mal, hier beiden. Jetzt kann's ruhig mal um die beiden hier kümmern und dann wechsle ich schnell zu Link und Tetra um, äh, einer schon mal tot, sehr schön. Um, mir die Sputte dazu suchen. Sehr schön. Damals haben wir das auch geschafft. Geht mal schon ins Material hier. Perfekt. Gut. Hallo Link. Du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, nach einer Skulltula zu suchen, die sich irgendwo befinden muss. Die Frage ist bloß, wo? Irgendwo nach einem Stein wahrscheinlich. Wo ist er hier drin? Sieht nicht so aus. In Gefahr. Und cool. Ich höre sie hier krabbeln. Dann gucke ich mich gleich mal hier ein bisschen um. Oder eher hier. Wo ist jetzt? Da, da hinten lebt sie. Alles klar. Ich bin manchmal ein bisschen blind. Sehr schön. Wundervoll. Okay, und ach, hier sind noch ein paar Exalfors. Dann sollten wir die mal kurz stoppen, bevor sie, äh, Tetra ärgern. und stirb. Sehr schön. Was kommt man als nächstes? Ja, das sieht so aus, so dass das Gebiet gesichert ist. Kannst du jetzt mal als spielbare Charakter ins Zug kommen? Ich will deine Truhe öffnen. Urheilkämpf gegen die Warnflügler. Ist der Vogel wieder da oder was? Ah, Wülsburg ist auch. Dann begeben wir erstmal nach oben, würde ich sagen. Oh. Das ist nicht so geil, dass die Aralfors Richtung Hauptquartier vorrücken. Dann sollten wir die mal alle zerstören, würde ich sagen. In der Fall fällt, dass wir jetzt hier in der Festung sind, wo schon mal zwei drin waren. Und noch voll. Es erscheint, okay. Also, wo wollt ihr den Monstern hier? Nee, voraus noch nicht. Haha, ein Hühnchen zu rupfen mit einem Vogel. Haha, wie witzig. Oh, ja, der Kaffee da. Sehr schön. Gut. Dann, Tetra. würde ich mit dir Asp... der Kommandantrainer. Den nehme ich ja kurz mit, würde ich sagen. Warum nicht? Oh. Hallo, willkommen zurück. Ähm, dann will ich mal ganz kurz die Truhe mit dir holen. Mit dem Herzkontainer. Das wäre nämlich ziemlich praktisch. Sonnenfest zu erobern. Dann ist es. Oh, die Wüstenburg. Mache ich gleich. Ich will erst noch kurz ihr schönes Herzteil... Erzkontainer erobern, meine ich. Äh, erobern. Ich habe jetzt da unten erobern gelesen, deswegen habe ich auch erobern gesagt. Holen. Ja, weil es bei so einem Spiel muss man sich auf so vieles konzentrieren. Das ist immer so ein kleineres Problem von mir. Hier oben sind auch direkt zwei Euralfrachter, die kann ich ja mal gleich mitnehmen, wenn sie jetzt schon mal hier sind, würde ich sagen. aber wenn sie jetzt mal hier ist, besser gesagt. Die Geräusche, die sind einfach so witzig irgendwie. Naja. Da bin ich voll ins Vorgelaufen, Idiot. So. Sehr schön. Ich mag den Kampfstil voll irgendwie. Wer ist eigentlich so euer Liebes hat was zum Spielen? Ich glaube, das habe ich noch nie so wirklich gefragt. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich so am liebsten wirklich mit Link spiele. Ganendorf mache ich auch ziemlich gern. Zanto, sie ist auch ziemlich gut. Aber wer ist denn so euer Liebes hat? Das interessiert mich natürlich auch. Ich sollte man bis auf mein Leben aufpassen. Aber ich habe so ein Gefühl, sie ist noch nicht allzu stark so ganz. Obwohl sie schon Level 31 ist. Ich muss noch ein bisschen mit ihr einiges machen. Im Basar. Aber da haben wir noch kaum Materialien gehabt für sie irgendwie. Das sind ja wahrscheinlich die ganzen Mindpecker Materialien. Wahrscheinlich eher. So. Komm einfach runter. Jetzt. Dankeschön. Stirb einfach, wollte ich sagen. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt kurz zu ihrem Herzteil. Also Container. Ich sage mal Herzteil irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ihr wisst ja, was ich meine. Deswegen ist es mir im Prinzip auch egal eigentlich. So. Damit ist er auch wieder schön aufgefüllt. Perfekt. Wunderbar. Hätten wir jetzt hier so ziemlich alles, was wir bisher holen können. Sehr schön. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz woanders hin. Und zwar am besten hier runter. Wir sollten eigentlich die Wüstenburg erobern, oder? Genau. Aber ich gehe mal mit ihr hier in die Festung rein. Weil hier scheinbar... Also hier ist ein Eiralfoss. Alles klar. Äh. Bomben. Bah. Macht. Schaden. Oh. Sehr schön. Das Bomben-Power-Up ist euch mein Liebes. Das ist einfach... schön reinhauen kann. Ich benutze diese Power-Ups auch irgendwie kaum, wenn die mal verflutbar sind. Das ist irgendwie... vielleicht auch nicht allzu klug. So. Und noch eins. Sehr schön. Passt ja gerade. Sehr schön. Du bist besiegt. Und... du da bist auch gleich. Dann gehe ich mit Link am besten hoch in die... Wüstenburg. Weil ich habe mit Link... von den Charakteren, die jetzt hier zur Verfügung stehen, am besten klarkommen. Ich meine, Lana mit Lana kann ich auch ganz gut kämpfen. Denke ich mal. So halbwegs. Aber... trotzdem ist mir Link von denen jetzt hier zur Verfügung stehen. Dann am liebsten. So. Komm, du hast doch kaum mehr was. Stirb einfach. Was ist denn los mit dir? Sehr schön. Was machen die anderen beiden eigentlich gerade? Uslin. Lenk dir oben rum. Okay. Meinetwegen. Wieso ist das hier? Magikata-Fakate. Was ist hier? Keine Ahnung. Dann geht's schnell ab in die Festung. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ach, die Musik ist nochmal cool hier. Aber vom Soundtrack her ist das Spiel echt großartig, muss man sagen. Ob man das Spiel im Allgemeinen mag, ist eine Sache vom Gameplay her. Mag man das Gameplay, mag man das Spiel auch. Aber vom Soundtrack her kann halt wirklich niemand sagen, dass das Spiel scheiße ist. Da gibt's keine zwei Meinungen. Das war ganz ehrlich. Das ist einfach so ein großartiger Soundtrack. Da ist für jeden irgendwas dabei. Schöne alte Zelda-Tracks. Neu geremixt. Mit neuen krassen Instrumenten und auch neue Melodien gibt's im Spiel. Das ist einfach so cool. So, ja, mach ich vielleicht. Ich will nur noch kurz die Aeralfos besiegen. Sonst könnten die noch nervig werden. Rotetra hat schon mal Masten-König, wie es aussieht. Da unten. Kämpft schon voll mutig. Ich bin auch hier bei einem Aeralfos und... Ja, langweile mich hier bei ihm. Rückzug. 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 So, wir können uns da schön hinporten. Ups. Äh. Ja, du kannst ja auch gerne hinporten. Ich will aber eigentlich mit zu link, um mich wegzuporten. Achso, ich war schon drauf. So, ich drück manchmal so aus Versehen auf die Taste. Und auch runter, genau. So. Äh, ich bin nochmal auf den Knoll gekommen. Tut mir leid. Ja, Steuerung. Aber auf einer Steuerung, uh. Ja, ist das Spiel eigentlich schon ziemlich gut, muss man sagen. Ich komme sehr gut mit. Klar. Auf jeden Fall. So, der schmeißt noch eine Bombe ab. Maskenfühle nicht. Ich bekomme die geballte Ladung meiner Power-Up-Bomben ab. Nein, ich bin einfach ein Monster-Trägerade. Nichts anderes irgendwie. Ich denke mal, die Mission ist vorbei. Ist vielleicht gar nicht. Ups. Wenn er besiegt ist. Er nimmt halt kaum Schaden. Wahrscheinlich nur, wenn er seinen Schwachpunkt frei hat. So richtig. Jetzt ist die Frage, was ist dein... Oder wann... Wann zeigst du einen Schwachpunkt? Wie zeigst du ihn? Irgendwie pickt er gerade nur dumm im Boden rum. Oh, Material. Der Arme, der schon fast... Oder der eigentlich schon Todesherr, der Bobblinder, wird immer noch mehr zerstört. Ey, Mobblinder, tut mir leid. Bobblinder, Mobblinder, ist alles das gleiche. Jetzt halt mal den Schwachpunkt. Wie machst du das denn? Wenn man hier meinen Erdingens... Ob das irgendwas bringt. Ups. Was ist jetzt? Er zeigt ihm seinen Schwachpunkt nicht. Was ist das denn? Maskenkönig würde mir einen Schwachpunkt drauf. Und vielleicht, weil wir alle auf ihn einkloppen oder so. Keine Ahnung. Er ist nicht, was wir noch am Himmel jetzt gewesen haben. Kurz. Wie zeigst du deinen Schwachpunkt nicht? Jetzt machen wir mal irgendwas. Sondern dir vielleicht mit dem Hammer auf den Kopf hauen, wenn du im Boden steckst. Geh mal in den Boden rein, bitte. Ja, okay. Windwecker-Style. Ja, da hätte ich drauf kommen können. Wenn ich Windwecker so sehr mag. Das macht irgendwie auch Sinn. Rückzug ist was eigentlich nicht. Ich bin fehlgeschlagen. Ja, haut da tausend mal seinen Kopf in den Boden. Und was mache ich? Ich stehe dann da und denke mir nichts dabei. Jetzt mach deinen Kopf in den Boden rein. Und ich habe einen Schwachpunkt. Genau, sehr schön. Wundervoll. Aber seid stolz auf mich. Ich bin noch drauf gekommen. Bam. Voll in den Kopf. Dass du noch nicht tot bist. Au. Jetzt komm, runter. Los. Ja, doch nicht. Meinetwegen. So, komm. Kopf in den Boden. Aber jetzt. Es bringt, glaube ich, nichts mehr, dass du draufhaut, Leute. Lasst ihn noch mal seinen Kopf in den Boden stecken. Richtig. Ich glaube, ich darf nicht noch mit R ein bisschen Action, würde ich sagen. Oh, das ist ein schöner Schaden. Das ist ein schöner Schaden. Und jetzt stirbst du. Bam. Tschüss. Das war es dann wohl für dich. Bam. Kamera ist gerade sehr gut. Und haben wir es geschafft. Wundervoll. Boah, voller geile Drop. Alles. Wundervoll. Endlich Ruhe. Ja. Schön wäre es. Oder gibt es da noch diesen klitzekleinen Dimensionsriss? Das ist wohl ein größeres Problem. Und gibt es da nicht noch etwas, was ihr zerlegen hattet? Das hier, nicht was hier. Ja, wir müssen noch ihr Masia finden. Ist sie jetzt hier? Das ist die Frage. Oder findet Lana jetzt hier einen Hinweis darauf? Das ist die Frage. Sie hat da irgendwas hier gespürt. Jetzt ist die Frage, was hat sie gespürt? Ob wir das hier mal herausfinden werden? Ja, wahrscheinlich im nächsten Kapitel oder jetzt noch. Keine Ahnung. Aber es war eine ganz coole Mission. Aber es war eine ganz coole Mission. Sie sahen irreversibel. Lana, Link und Tetra waren alle auf eine Lose für die Situation zu beurteilen. Just dann, wenn sie oft in Need of Hoffnung waren, eine bestimmte legendäre Figur kam vor ihnen. Es war King Daphnis Nohansen Hyrule, der King von Red Lions selbst. In Tetra's world, King Daphnis war der Ruler von der Angelegenheit die sich verletzten ab. Bei Divine command, er sich verletzten, hoping für die Welt verletzten. Er erklärt, dass die cause der Konflikt war eine wunderschöne in Tetra's world. Seine Target war viel klarer. Die Heroin wussten, wo sie zu gehen mussten. Sie setzten auf der nächsten Reise, drehten die schwierigen Begegnung. Dach, Das ist cool. Das ist echt ziemlich cool. Der König aus Wind Waker. Das gefällt mir. Sehr schön. Filter aus Masken Konigs, Boss Blinkäule. Nice, ganz viel neuer Stuff. Gut! Dann würde ich sagen, Geht's im nächsten Part Weiter Absolut kannst du noch was Spielen, yeah Ach stimmt, ich konnte noch gar nicht mit ihr was Im Basar machen, jetzt fällt es wieder ein Stimmt, wie gesagt, den letzten Part habe ich vor ein paar Tagen Aufgenommen gehabt, deswegen Stimmt, aber ich konnte gar nichts Bei ihrem Basar machen Jetzt geht das, stimmt, jetzt ist es hier Verfügbar, nice Okay, gut, im nächsten Part Geht's dann hier weiter Bis dann und ciao Babyroll tschüss